Spalter attackiert jetzt hier Tim Stübing. Ehrlich, du hast doch gewonnen. Musst du das machen? Und da ist Leon von Gasterin. Leon von Gasterin rettet Tim Stübing. Hey, yo, Spalter. Sag mal. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du kommst hierher, siehst scheiße aus. Scheiße, 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 Scheiße. Kämpfst? Unfair. Sonst hättest du dieses Ding hier niemals gewonnen. Das wissen wir beide. Was hältst du davon, wenn wir beide mal in den Ding steigen? Leon von Gasterin von der Spalter heraus. Also, wenn der der Meinung ist, er kann mich herausfordern zu einem Kampf unter Oldschool-Regeln. Ich habe nicht immer Zeit, um in die Catch Factory zu kommen. Ich habe größere Bookings, größere Bühnen, die müssen auch bespielt werden. Und genau das werde ich machen bei der nächsten Veranstaltung. Aber wenn Leon von Gasterin catchen möchte nach Oldschool-Regeln, dann wird er einen Mann bekommen. Und das ist Axel Tüscher. Diesen Mann werde ich schicken und dann kann er sein blaues Wunder erleben. Und wenn er danach noch aufsteht, dann können wir nochmal darüber reden, ob wir beide, also Leon und ich, gegeneinander kämpfen. Hast du es verstanden? Ich denke, das haben wir gut verstanden.